Iran hat seit Jahren sehr viel investiert in Drohnen, in Raketen, in Marschflugkörper, hat auch mit anderen kooperiert, zum Beispiel mit Russland, um die Technologie dort zu verbessern. Und dieser Angriff hat zwei neue Qualitäten. Zum einen, weil er direkt von Iran aus gestartet wurde und nicht etwa über Proxys im Libanon oder anderswo. Und weil er so eine große Menge an Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern beinhaltet hat. Und Israel ist es jetzt gelungen, mit der Hilfe von Partnern diese Welle aus Angriffen erstmal abzuwehren. Aber die Frage, die sich stellt, ist natürlich, was würde passieren, wenn mehrere solcher Wellen hintereinander auf Israel losgehen würden. Und das ist, glaube ich, auch das Signal, was Iran senden will. Wir sind in der Lage, uns weiterzuentwickeln und im Grunde eine Bedrohung aufzubauen auf diese Art und Weise.